Der Partner, den wir anziehen, ist eigentlich immer der perfekte Spiegel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love bewusst im Gespräch. Dein Podcast für mehr Bewusstsein, innere Heilung und Partnerschaft. Conscious Love ist die führende Dating-Plattform für bewusste Menschen, die mehr verdienen, als der Mainstream zu bieten hat. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin der Thomas und heute habe ich die wunderbare Sandra Weber von Teki im Gespräch. Wir werden zum Thema Partnerschaften der neuen Zeit sprechen. Liebe Sandra, herzlich willkommen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hallo an alle. Wunderbar. Sandra, du bist Bewusstseins-Trainerin, Autorin, Speakerin und du hast eben die Teki Academy ins Leben gerufen, in welcher du über Seminare den Menschen wieder in die Selbstermächtigung hilfst. Das ist ein sehr, ich habe mir das noch angeschaut, das ist ein sehr, sehr umfassendes Programm mit dem Basisseminar und dann ganz vielen fortführenden Seminaren. Ich glaube, das ist eine ganz wunderbare Sache, die du aufgebaut hast, um den Menschen in der aktuellen Zeit der Transformation zu unterstützen und dort wirklich weiterzuhelfen. Danke, ja. Ich freue mich riesig, dass du da bist, dass ich mit dir sprechen kann zu diesem äußerst spannenden Thema. Ja, Sandra, ich möchte einsteigen in das Thema und zwar ist ja so, viele Menschen wünschen sich diese innige, tiefgründige, bewusste Partnerschaft. Und leider ist es dann aber oft so, dass wir das nicht schaffen, glücklich mit jemandem zusammen zu sein. Und ja, ich habe das selbst in meinem Umfeld gesehen, viele, viele, viele Partnerschaften haben sich in den letzten Jahren auch getrennt oder sind wirklich so in sich zerbrochen, wo die Leute auch nicht mehr miteinander sprechen können und dort einfach komplett so die Werte und Erwartungen aufeinander geclashed sind. Und da war dann irgendwie keine Basis mehr da. Und ja, ich frage mich jetzt in der aktuellen Zeit und das möchte ich dich eben fragen, wie dürfen wir denn Partnerschaft wieder neu leben, was dürfen wir dort alles transformieren? Ist natürlich ein großes Thema, da könnten wir stundenlang dazu sprechen. Aber doch gibt es eigentlich so etwas, man kann es auf das Wichtigste runterbrechen. Und aus meiner Perspektive und eben auch das, was ich in meinen Seminaren weitergebe, ist, wenn du etwas verändern willst in deinem Leben, was dir nicht gefällt, egal was es ist, dann geht das immer nach innen. Der Prozess beginnt immer in dir. Es kann nicht im Außen verändert werden. Die anderen sind nicht falsch. Du bist auch nicht falsch. Aber du hast vielleicht noch irgendwelche Themen in dir, die das jetzt anziehen, was du eigentlich bewusst gar nicht wählst, was du bewusst gar nicht haben willst. Aber wir haben eben nach dem Gesetz der Resonanz diese Anziehung, sodass wir einfach, wenn wir innere Ängste haben, können wir uns nicht einreden. Ich ziehe jetzt den perfekten Partner an und eigentlich meine Angst sagt aber, ich ziehe immer den Falschen an. Ich werde dieses Mal wieder betrogen oder belogen oder der verlässt mich sowieso wieder. Das passt eben nicht zusammen. Und gerade das, was wir oft unterdrücken oder was so auch noch unentdeckt in uns schlummert, das zeigt sich oft eben auf der Leinwand unseres Lebens dann und spielt sich dort als Film ab. Und deswegen geht meine Lehre immer nach innen. Was ist denn in dir, was das überhaupt anzieht? Und da kannst du es direkt an der Wurzel transformieren. Ja, da musst du dich nicht bemühen, immer positiv zu denken und dir doch noch irgendwie einzureden, dass es vielleicht dieses Mal richtig ist, sondern du räumst in dir auf. Du bereitest das Feld neu vor. Ja, viele Methoden gehen eben eher gleich ans Sehen. Wirf die positiven Samen aus. Aber wenn deine Erde gar nicht bereit ist aufzunehmen, dann musst du erst mal die Steine weg und die Wurzeln raus und alles weg. Damit die Erde überhaupt aufnehmen kann, die positiven Samen. Und das ist im Prinzip das, was wir auch mit Teki machen. Und in Bezug auf Beziehungen, klar, ist es ganz wichtig, was habe ich denn bisher so erlebt? Und zwar nicht nur in meinem eigenen Leben, sondern wir haben für Ursachen immer drei Herkunftslinien. Das ist das, was ich in diesem Leben erlebt habe. Also was haben mir vielleicht die Eltern schon vorgelebt? An unterdrückten Anteilen, an Verzerrung der männlichen, weiblichen Energien oder an Scheidung, Betrügen, Belügen, was auch immer, sich langweilen. Das kann ja alles Mögliche sein, warum ich heute vielleicht nicht bereit bin oder nicht fähig bin im Moment, eine glückliche Beziehung zu führen. Und dann natürlich auch meine eigenen Jugenderfahrungen, Erwachsenenerfahrungen. Wie lief es so bisher in meinen Beziehungen? Das sind viele Traumen, die wir dann mit Teki ganz, ganz einfach auflösen können, aufspüren können und auch schmerzfrei transformieren können. Also bei Traumtransformieren denken manche, das ist dann so eine stundenlange Angelegenheit und man weint nochmal und muss nochmal durch alles durch. Und so ist es eben nicht, wenn du weißt, wie es anders geht. Das ist also die erste Herkunftslinie, ist dein jetziges Leben. Die zweite ist im Prinzip die Ahnenlinie, also viele unglückliche Prozesse des Lebens, auch so ein Gefühl von Mangelbewusstsein, Krankheiten, was auch immer. Die können schon tief verwurzelt sein in den letzten Generationen. Und man agiert das eben so lange aus in den Folgegenerationen, bis es endlich jemanden aufgelöst hat. Da gehen wir auch an die Wurzel. Und die dritte Herkunftslinie sind die anderen Inkarnationen. Also was hat deine Seele schon irgendwo erlebt, warum sie jetzt diese Erfahrungen gerade wählt? Also was blockiert da gerade noch eine Partnerschaft? Oder mit wem hast du vielleicht noch Karma, ein Hühnchen zu rupfen sozusagen, sodass das zuerst noch erledigt werden soll, bevor du dann wirklich auf deinem goldenen Weg bist sozusagen. Du hast ein Thema angesprochen, das möchte ich nachfragen. Und da hast du gesagt, ja manche Menschen haben den Wunsch zwar nach einer erfüllten Partnerschaft, aber tragen auch so eine Angst mit sich rum, dass es doch wieder der Falsche sein könnte, dass ich doch wieder betrogen werde. Heißt dann, durch diese Angst ziehen diese Menschen das auch wieder eher an. Oder das kannst du eigentlich nicht überspielen, indem du sagst, nein, ich manifestiere mir jetzt meine Traumpartnerschaft und hänge da ein Bild auf und so weiter. Aber solange in dir dieser Prozess nicht vollendet ist oder das nicht losgelassen, verarbeitet ist, wirst du eigentlich das auch immer wieder anziehen, oder? Verstehe ich das so richtig? Ganz genau. Ich kann das gerne noch genauer erklären. Das ist im Prinzip der Unterschied zwischen dem Parkplatz und der Million. Parkplatz manifestieren klappt bei so gut wie jedem, oder? Weil wir haben keine Traumen, die zugrunde liegen. Wir haben keine Ängste. Das ist nicht furchtbar schlimm, wenn ich den Parkplatz nicht bekomme. Das heißt, ich kann mir einen Parkplatz manifestieren und zack. Bei wem funktioniert es, sich die Million zu manifestieren? Und das ist dasselbe mit dem Seelenpartner, mit dem Traumpartner, mit der glücklichen Beziehung. Da liegen viel mehr Ängste zugrunde, viel mehr Traumen, viel mehr Programmierungen, wie schwierig das ist und dass man Kompromisse machen muss und dass es den Perfekten oder die Perfekte ja gar nicht gibt und so weiter. Und das alles blockiert das dann. Also das heißt, manifestieren ist wunderbar. Aber du musst beim Manifestieren auch gucken, okay, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, was läuft da im Untergrund schon gleich mit? Und wer bewusst ist, und du stehst hier für bewusste und aufgewachte Menschen, die sich finden, der kann das schon relativ leicht spüren. Einfach zu sagen, okay, ich wünsche es mir so, ich manifestiere es mir so, ich sende diese Bilder und Gefühle aus. Aber gleichzeitig, hu, habe ich Angst? Oder habe ich Bilder von der letzten Krise in Erinnerung? Oder Bilder eigentlich nur von allen Paaren, bei denen es nicht geklappt hat? Und die Angst, wieder verletzt zu werden? Und damit blockiere ich es eben gleichzeitig. Der Partner, den wir anziehen, ist eigentlich immer der perfekte Spiegel. Ja? Der perfekte. Deswegen sage ich auch immer, es gibt keinen falschen Partner. Jeder ist richtig. Weil jeder in dem Moment, wo er kommt, dir zeigt, wo du gerade stehst. Und bei Spiegel, das verstehen viele nicht so ganz richtig, ja? Weil viele nur den direkten Spiegel kennen und dann sagen, ja, aber ich bin ja ehrlich und er ist unehrlich, also ist das kein Spiegel. Ich bin ja nicht so. Ja, das ist dann aber der Spiegel des Unterdrückten, dass du dir nicht erlaubst oder dass du furchtbar Angst vor etwas hast. Ja? Und genau das ziehst du dann auch wieder an. Wenn da eben ein Trauma ganz tief in dir wirkt, dass du belogen oder betrogen wurdest oder verlassen wurdest, alles verloren hast, rausgeworfen wurdest, was auch immer, dann ist das immer stärker als das, was du jetzt gerade da so ein bisschen aussenden möchtest. Und das will erlöst werden. Das ist einfach nur verdichtete Energie. Und Energie, also dein Energiefluss hat dann Knoten, das ist für dich dort eingefroren und wenn du das transformierst, ist es wieder frei, kann es wieder fließen. Dann steht es dir nicht mehr im Weg. Das heißt, du erinnerst dich zwar noch, okay, sowas kann passieren, gibt es, ist mir auch schon passiert, aber mehr ist dann nicht mehr. Du hast die Erfahrung daraus gezogen, aber du bist jetzt frei. Das heißt, wenn Menschen unbedingt diesen Wunsch haben, ich will jetzt die erfüllte Partnerschaft, ich will den Traumpartner haben und es schwingt aber noch diese Angst mit oder irgendein Trauma, was nicht aufgelöst ist, dann werden sie trotzdem immer wieder Menschen für eine Partnerschaft anziehen, die das halt noch spiegeln, oder? In irgendeiner Weise, genau. Da gibt es dann natürlich völlig individuelle Kombinationen und auch Reihenfolgen. Was poppt jetzt auf? Wo ist es schwierig? Weißt du, manche finden dann gar keinen Partner, weil die Vermeidung oder die Angst, dass sowas nochmal passiert, so stark ist, dass man lieber alleine bleibt, obwohl man sich eigentlich was wünschen würde, aber das Unterbewusstsein steuert uns zu 90 Prozent. Das ist dann einfach stärker als das, was wir sonst so wollen. Und andere, die gehen von einer Partnerschaft in die nächste und begegnen immer ähnlichen Herausforderungen und flüchten dann wieder, ja. Also jeder hat dann so seine Mechanismen, aber im Endeffekt kommt dabei raus, die glückliche Beziehung ist es eben noch nicht und darum geht es ja. Und du sagst, dass wir eigentlich erstmal die Beziehung zu uns selbst auch lernen dürfen und in uns schauen, was da noch für Themen sind. Was ist denn so ein erster Schritt, wenn jetzt jemand noch nicht ganz so bewusst ist, aber er ist fähig zu beobachten, okay, ich ziehe immer wieder Menschen an, die mir dieselben Sachen spiegeln und dann versteht, okay, irgendwie muss da ja ein Thema sein, aber er kommt an das Thema nicht ran oder denkt sich halt, ja, irgendwie ist das ein Thema, aber eigentlich, ich weiß nicht, wo das herkommt, meine Eltern waren eigentlich nicht so und so weiter. Was ist da so ein erster Schritt, sich dem zu nähern, das aufzuarbeiten? Genau, also wirklich einfach mal reflektieren, was ist denn das genau für ein Gefühl? Weißt du, das muss auch nicht immer aus dem partnerschaftlichen Bereich sein, so ein Trauma. Es kann auch sein, ich habe so Angst vor Ablehnung oder davor nicht geliebt zu werden, dass ich damit meine Partnerschaften immer belaste und es kommt einfach daher, dass mein Vater mich als Kind vielleicht nicht richtig oder mir die Liebe nicht zeigen konnte, wie auch immer. Ja, es muss nicht immer der partnerschaftliche Bereich sein, es kann ganz unterschiedlich sein oder dass ich in der Schule mal gemobbt wurde oder was auch immer. Also da kann vieles reinspielen, was uns dann so eine Angst einfach hinterlässt und man kann sich auf einmal nicht mehr einlassen, man kann sich nicht mehr eröffnen, man kann einfach dieses Risiko nicht mehr eingehen, aber niemand lernt die Liebe kennen, ohne auch gleichzeitig irgendwo verletzlich zu sein. Das gehört dazu. Es ist wichtig und wenn wir aber sehen, dass eine Verletzlichkeit auch eine Stärke sein kann, ja, dass es uns auch zusammenbringt, dass wir auf unsere gegenseitige Verletzlichkeit achten können, ja, dann hebt das ja den Pegel wieder unglaublich in einer Partnerschaft. Niemand ist unantastbar, ja, jeder hat seine Punkte und trotzdem kann man glücklich miteinander leben, wenn man diesen Respekt, diese Liebe und dieses Vertrauen aufbringt. Und das sind für mich so diese drei Säulen, auf denen eine Partnerschaft steht. Liebe, Vertrauen, Respekt. Ein dreibeiniger Tisch, da darf kein Bein wackeln, weißt du? Ja, stimmt. Ja. Das ist eine zweite Lage. Was bedeutet Liebe für dich? Für mich bedeutet Liebe, geht Liebe weit über das Menschliche hinaus. Also Liebe ist, was wir sind, als wir alle aus der Quelle kamen und im Endeffekt sind wir nichts anderes als verdichtete Liebe, die sich eben so weit immer weiter verdichtet hat in niedrigere Dimensionen hinein, bis wir als Menschen inkarnieren konnten mit allem drum und dran. Aber dieser göttliche Teil, diese reine Liebe, die wir sind, durchströmt uns immer, kann jederzeit auch ganz bewusst in unser Leben eben fließen, eingeladen werden. Und je freier wir eben wieder sind, umso besser funktioniert das. Wie kommt es, dass wir oft diese Liebe vergessen? Dass wir oft vielleicht nicht in der Liebe sind, obwohl das eigentlich unsere Natur ist? Eben gerade, wenn wir uns so weit schwingungsmäßig runterverdichtet haben, in Anführungszeichen, dass wir Liebe als etwas Persönliches sehen und dann womöglich noch an Bedingungen knüpfen, so auf die Art, ich würde dich ja gerne lieben oder ich liebe dich ja, aber wenn du so und so bist, dann liebe ich dich nicht. Ich würde dich mehr lieben, wenn du so wärst. Das hat eigentlich mit Liebe nichts zu tun, oder? Nein, natürlich nicht. Das sind alles. Gibt es aus deiner Sicht diese bedingungslose Liebe in einer Partnerschaft? Absolut. Aber wenn es die in der Partnerschaft gibt, dann gibt es die überall. Ja. Also die entsteht nicht einfach nur in der Partnerschaft und überall, sonst bist du überhaupt nicht in der Liebe, sondern es geht ja eigentlich um die Liebe selbst. Es geht um die Liebe zu dir selbst. Wo hast du dich irgendwann so entwertet, selbst entwertet oder entwerten lassen, vielleicht schon in frühester Kindheit, anderen Inkarnationen, wie auch immer, dass du dich jetzt gar nicht mehr selbst richtig lieben kannst. Und diese Selbstliebe ist ja auch die Basis für alles andere. Und jeder hat seinen Einstieg auch, wieder lieben zu können, so ein bisschen woanders. Aber die richtig perfekte, glückliche Partnerschaft, meiner Erfahrung nach, kommt wirklich erst, wenn du den Frieden und die Liebe mit dir selbst vollkommen gemeistert hast. Also wenn du wirklich ins Spiegel schaust und sagst, ja, genau so liebe ich dich, genau so bist du super. Und genau für dich gibt es den perfekten Deckel, den du aber nicht brauchst. Ja, du brauchst ihn nicht, sondern wenn da jemand in dein Leben kommt, der es bereichert, wunderbar. Ansonsten bist du lieber alleine als in schlechter Gesellschaft. Ja, korrekt. Das ist so die perfekte Ausgangssituation für eine glückliche Beziehung. Ja, absolut. Ich habe das auch eine Zeit, die Liebe so als Zustand wahrgenommen, so dieser Zustand der vollen Akzeptanz von mir selbst und daraus dann natürlich von der gesamten Welt, von anderen Menschen, von auch wie die Welt gerade ist mit all den Umwälzungen. Das war dann so, na gut, das ist halt so, das kann ich akzeptieren und ich kann da meine mitwirken, vielleicht was Neues aufzubauen und so weiter. Und aus diesem Zustand heraus dann natürlich in eine Partnerschaft zu gehen, hat sich völlig frei angefühlt, ja. Genau, weil niemand muss deine Bedürfnisse befriedigen. Genau, und trotzdem war irgendwo der Punkt, wo ich mir dann überlegt habe, gibt es wirklich diese bedingungslose Liebe in einer Partnerschaft? Weil einerseits habe ich das Gefühl, okay, du brauchst niemanden, weil du bist so in der Selbstliebe und in der Liebe zum Leben. Und dennoch sozusagen, wenn ich dann wieder in eine Partnerschaft eingehe, kommen da wieder Bedingungen hoch, weil man ja vielleicht doch Wünsche und Bedürfnisse hat, die wir dann wieder auf den anderen projizieren. Seien das zum Beispiel sexuelle Wünsche oder so, die man in einer Partnerschaft vielleicht anders ausleben kann als allein oder Bedürfnisse nach Nähe oder gemeinschaftliche Aktivitäten. Deswegen finde ich die Frage total spannend, wie können wir diese bedingungslose Liebe dann auch in Partnerschaften leben? Also die bedingungslose Liebe ist im Endeffekt der Austritt aus dem Mangel auch, ja. Du spürst dann keinen Mangel mehr, du hast nichts, was der andere befriedigen muss, weil du es alleine nicht befriedigen kannst, egal auf welcher Ebene, ja. Ja, natürlich gebe ich dir absolut recht, sobald du eine Partnerschaft hast, siehst du ja Möglichkeiten, was jetzt gemeinsam alles dran wäre oder möglich wäre. Und da sollte der andere natürlich das ähnlich sehen. Aber das ist ja wieder das, was ich vorhin sagte. Der Partner, den du gerade hast, das ist dein Spiegel. Und je erlöster du im Innen bist, je mehr du da aufgeräumt hast, je freier du bist, umso klarer ziehst du natürlich den Menschen an, der so eine Partnerschaft lieben will wie du. Also da gibt es das nicht, dass der eine will kein Sex und der andere jeden Tag oder der eine will immer Ausflüge machen und der andere ist ein Couch-Potato. Das passt dann besser zusammen, weil du auf einer Welle schwingst, ja. Sonst ziehst du dich, sonst sind es immer noch die Krücken, die das anziehen und nicht das wahre Selbst, weißt du? Also könnte ich auch sagen, die Menschen, oder wenn ich jetzt auf Partnersuche bin, die potenziellen Partner, die ich in mein Feld ziehe, ist immer ein Spiegel, wo ich selbst gerade stehe mit dem Thema Partnerschaft und Liebe. Ja, oder mit irgendwelchen anderen Themen, wie zum Beispiel Mangel und Fülle. Der andere kann dir auch schlichtweg deinen Mangel spiegeln. Es ist nie genug von einem da oder dein inneres Programm, das sich weit über eine Partnerschaft hinausstrecken kann. Ich bin immer für alle da, aber keiner ist für mich da. Ja, genau. Es macht der Partner dann natürlich genauso. Und das auch wieder hat viel mit den männlichen und weiblichen Energien zu tun, wie gut die im Gleichgewicht sind. Vielleicht können wir darüber noch sprechen. Ja, wollte ich dich fragen, du hattest angesprochen, die Verdrehung der männlichen und weiblichen Energien, zum Beispiel schon aus dem Elternhaus und passiert ja auch gerade sehr viel in der Gesellschaft zu diesem Thema, die Verdrehung dieser Energien. Ja, was nimmst du, also wie nimmst du das wahr? Was passiert da im Moment? Wie können wir das auch aufheilen? Ja, da ist eben schon viel passiert und kommt eigentlich gerade so wieder in die Heilung, so wie ich das sehe, in diesem Aufstiegsprozess auch, in dieser Zeit des Wandels, kommt vieles wieder in die Balance. Aber natürlich zeigt es sich auch erst mal, so wie auch in den Systemen überall, wo wir das gerade sehen, so auch in den Partnerschaften, was ist denn im Ungleichgewicht? Und die männlichen und weiblichen Energien, die sind wie Yin und Yang in uns. Ja, also wir haben, egal ob wir Mann oder Frau sind, männliche und weibliche Energien in uns. Und die sollten in uns balanciert sein. Das ist also schon für uns alleine ganz wichtig, weil wir nur dann wirklich effektiv sind, effektiv denken können, fühlen können, wahrnehmen können, handeln können. Ja, die weiblichen Energien empfangen immer eher so, was ist jetzt dran, Intuition, Entscheidungen und die männlichen führen es dann aus. Das sind so die Macherenergien in uns. Und wenn ich jetzt etwas im Überschuss zum Beispiel lebe, also sagen wir, ich bin zu sehr in der männlichen Energie und ich bin die ganze Zeit am Machen und Tun, ich gönne mir keine Pause und so weiter, dann wird mir mein Partner den Überschuss spiegeln, indem er die andere Seite bedient, weil seine Partnerschaft ist ein Feld und ein Feld strebt immer nach Harmonie. Sobald du dir mit jemandem ein Feld teilst, versucht der andere auch ein Stück weit auszugleichen oder du gleichst den anderen aus. Und das bedeutet jetzt in diesem Fall, wenn ich zu sehr die männlichen Energien lebe, dann habe ich vielleicht einen Partner, der überhaupt nichts auf die Reihe bekommt. Und statt mich dann über den aufzuregen und den zu beschimpfen und zu sagen, ja, du kommst ja gar nicht in die Tat und so weiter, du bist ja faul und was auch immer sich die Leute da an den Kopf werfen, können wir eben auch sagen, was ist das denn in mir, was denjenigen gerade so sein lässt, so angezogen hat, kann ich da vielleicht noch mehr in die Balance kommen, um dem anderen auch Raum zu geben, weil solange ich das eine Feld besetze, hat der andere nur das andere. Und viele haben sich da über viele Jahre arrangiert. Und das sieht man auch oft. Man sieht, dass die Frauen dann zum Beispiel auch vom ganzen Wesen, von der Statur her männlicher sind und die Männer weiblicher. Ja, da fallen bestimmt jedem gleich ein paar Beispiele an. Jeder kann das sehen, wenn er da mal freigeschaltet ist dafür. Und das bedeutet, man kann so natürlich schon eine Weile leben, man kann sich da arrangieren, aber das ist kein wirklich gesundes Gleichgewicht und sollte irgendwann mal in die Heilung kommen. Also du würdest schon auch sagen, also als Frau, als weibliches Wesen, bist du mehr in der weiblichen Energie, das zu leben, und als Mann eher in der männlichen Energie. Und trotzdem haben wir beide diese Anteile, die wir für uns halt in Balance bringen dürfen. Genau, also manche sagen 50-50. Wir sollten natürlich auch als Frau machen können. Ja, aber wir haben dann eine andere Art und Weise, das zu tun. Und natürlich haben wir einen weiblichen Körper, der uns ganz andere Voraussetzungen, Möglichkeiten, aber auch Hindernisse bietet. Und so drückt sich das nie genau gleich aus bei Mann und Frau. Aber grundsätzlich alles, was so ins Machen geht, die Feuerenergie lebt, das ist das Männliche, also auch schneller wütend werden und so weiter. Und das Weibliche ist eben dann eher vielleicht auch das Weinerliche, das Emotionale, Gefühlvolle. In der erlösten Form ist es einfach unsere Intuition, unsere Liebe, unsere Fähigkeit zu empfangen, anzunehmen. Aber sobald es im Überschuss ist, kann es sein, wir sind einfach nur gelähmt, weinen wegen allem. Also das ist wirklich unterschiedlich. Und das sehen wir beim Mann und Frau, dieses Ungleichgewicht. Aber jeder drückt es ein bisschen anders aus. Wie können wir das in die Heilung bringen? In die Heilung? Also mit Teki machen wir es immer so, dass wir erst mal gucken, warum ist es aus dem Gleichgewicht? Und dann gibt es vielleicht gesellschaftliche Themen, die aufgelöst werden dürfen, vielleicht aus der Vorfahrenlinie, dass wir da schon verzerrte Energien mitbekommen haben. Es sind aber auch oft persönliche Enttäuschungen oder Entscheidungen. Also manche wurden auch irgendwann mal ausgenützt aufgrund ihrer Gutmütigkeit und haben dann entschieden, nö, so will ich nicht mehr sein, das läuft nicht gut für mich, ich werde jetzt so wie die anderen, bei denen ich vielleicht abgucke, und gehen dann mehr in die männliche Energie. Und solche Ursachen, die wir irgendwo auf irgendeiner Ebene selbst installiert haben, die dürfen wir dann transformieren, um da wieder in die Einheit zu gehen. Also vielleicht noch zur Erklärung, alles, was wir tun mit Teki, basiert auf der Annahme, dass du dich immer selbst heilst und ganz von alleine in dein natürliches Gleichgewicht gehst, in deine Liebe, in deine männlichen und weiblichen Energien, in den Balance, in deine Selbstliebe und so weiter, wenn das weg ist, was stört. Wir müssen gar nicht so viel für etwas tun, sondern wir müssen das wegnehmen, was stört. Das ist wie bei unserem Körper, der heilt sich ja immer selbst. Du hast irgendwo einen Schnitt, eine Verletzung, das heilt, alles heilt. Es sei denn, der Körper wird daran gehindert, indem du dran rummachst oder falsche Salben draufschmierst oder was auch immer, dann kann er es nicht. Und so ist es eben bei diesen inneren Blockaden auch. Sobald die aufgespürt und transformiert sind, bist du befreit. Und das geht weit über Positivdenken hinaus. Das ist das Ende der Manipulation auch in Beziehungen. Weil wenn du nicht mehr gucken musst, wie kann ich meinen eigenen Defizit jetzt überspielen, da gibt es ja auch tolle Taktiken, die sich manche angeeignet haben, unbewusst, damit ich beim anderen irgendwie ankomme oder dies und das erreiche, das ist ja schon wie eine Manipulation und Energieraub. Und wenn du das nicht mehr nötig hast, weil du einfach in deiner Kraft bist, dann ist alles im Fluss. Wunderbar, sehr schön. Du sagst ja auch, weil wir haben ja oft das Gefühl, ich bin falsch, es stimmt was nicht mit mir, ich muss irgendwas aufheilen und so. Aber du sagst ja auch, wir sind eigentlich nicht falsch, sondern es liegt eigentlich was drüber, was wir halt wieder abgeben dürfen oder loslassen dürfen. Ja? Genau. Genau. Ist es so, dass wir oder dass unser Körper, unser Energiesystem den, wie soll ich sagen, immer wieder gern zum ursprünglichen Zustand zurückgehen möchte, in die Balance, in die Heilung und wir das halt einfach mehr zulassen dürfen und nicht aktiv, ich glaube, wir machen viel, um das aktiv zu verhindern. Oder? Ja. Und warum tun wir das? Weil da irgendwelche Programme sagen, das könnte gefährlich sein. Ja. Jetzt könntest du dich vielleicht blamieren, wenn du einfach so aus deinem Herzen rausredest, wenn du einfach jemandem sagst, hey, ich finde dich klasse oder ich bin jetzt total verliebt oder das, was du gerade gesagt hast, das hat mich verletzt. Ja? Wenn du einfach frei rausredest, ohne immer erst mal zu überlegen, ja, aber wie kommt das dann an? Blamiere ich mich da? Könnte der andere dann denken, dass ich schon so verliebt bin, dass er alles mit mir machen kann? Ja? Das sind ja die ganzen Programme, die dann hochfahren aufgrund von alten Erfahrungen. Und wenn die alten Erfahrungen, das sind die Wurzeln des Unkrauts, wir wollen ja nicht die Blättchen abzupfen, sondern wir wollen die Wurzel rausreißen, wenn diese alten Erfahrungen transformiert sind, dann bleibt das aus. Und dann wirst du immer wahrhaftiger, du wirst immer authentischer, du kannst dich ausdrücken, egal ob in Wort oder Gefühl oder in Sexualität, du kannst einfach immer echter und freier sein. Und darum geht es. Und dann spätestens da beginnen auch wirklich die Seelen auf einer ganz neuen Ebene zu kommunizieren. Und wir hatten das im Vorgespräch vorhin kurz, wir ziehen Seelenverwandte meistens an, ja. Irgendwelche Seelenpartner sind auch meistens unsere Seelenverwandten. Das ist ein recht großer Kern an ungefähr 200 Seelen, die sich immer wieder treffen. Spannend. In unterschiedlichen Konstellationen. Von daher kennen wir uns in der Regel schon. Aber Seelenpartner heißt nicht perfekte Beziehung. Seelenpartner heißt einfach, okay, komm, wir spiegeln uns gerade mal eine Runde und helfen uns damit gegenseitig. Ja, es ist ein gegenseitiges Geschenk eigentlich, das wir uns machen, ja. Und wenn du wirklich dann befreit bist, dann steht irgendwann auch die Rückverschmelzung mit deiner Dualseele an, weil es damit einfach dann auch in die neue, in die nächste Dimension geht. Was hat das mit dieser Dualseele auf sich? Kannst du da ein bisschen reingehen? Ja, das ist auch ein großes Thema. Es ist immer die Gefahr, dass man es ein bisschen verwässert, wenn man es so schnell erklärt. Aber grundsätzlich, als wir zum ersten Mal in die Dualität inkarniert sind, oder sagen wir in die Polarität, in die Welt der Gegensätze, männlich, weiblich und so weiter, hat sich unsere Einheit, die weder männlich noch weiblich war, also unser höheres Selbst, in zwei Teile geteilt. Und hat praktisch als Mann und Frau inkarniert. Und seit dieser Inkarnation spiegeln diese beiden Anteile sich, treffen sich immer wieder, in der Regel auch in unterschiedlichen Konstellationen, bis jeder in sich alles integriert hat, um vollkommen zu sein. Um also in dieser Hälfte wieder das Ganze gefunden zu haben. Und dann kommen die beiden wieder auf einer höheren Ebene zusammen. Also diese Begegnung mit der Dualseele muss nicht immer so angenehm sein. Weißt du, viele sagen, wow, wenn ich endlich meine Dualseele gefunden habe, ja, das kann auch die schmerzhafteste Begegnung deines Lebens sein, wenn es da noch viel gibt, was in euch unerlöst ist. Ja, aber in der heutigen Zeit ist die Entwicklungskurve so steil, dass es eben viele wirklich auch erreichen, so frei zu sein, dass sie mit ihrer Dualseele zusammen sein können und den Rest des Weges zusammengehen können, sozusagen. Heißt das dann, dass es eben zu dieser Dualseele eine ganz spezielle Anziehung dann auch gibt bei einer Begegnung? Ja, und das ist eben auch ein Marker dafür, wie erlöst sind wir schon, weil diese Anziehung ist enorm stark. Also das kann dir nicht passieren, dass du an der Dualseele einfach so vorbeikommst. Oh, habe ich gar nicht gemerkt. Ist ja schon seit zehn Jahren in meinem Freundeskreis. So ist das nicht, sondern das ist immer eine starke Anziehung. Und in erlöster Form gewinnt die Anziehung. Also da ist einfach die Anziehung da, zwei Magnete verschränkt, alles verschränkt sich und es passt, ja. Und auch wenn es noch hier und da was gemeinsam zu lösen gibt, Herausforderungen gibt, das lässt sich gemeinsam managen. Wenn man eben noch einiges zu tun hat oder die Dualseele noch einiges zu tun hat, dann bedeutet das, man zieht sich ganz stark an und stößt sich dann aber auch wieder ab. Also das sind oft so Beziehungen, die kommen zusammen, dann trennen sie sich wieder und dann vermissen sie sich wieder so furchtbar, dass sie sagen, ohne dich geht es nicht, komm wieder zusammen, merken dann, wir haben aber immer die gleichen Themen, wir bekommen es nicht gelöst. Und da ist es einfach wichtig, dass man dann eben bewusst vorgeht, dass man eben nicht nur immer sagt, du bist schuld und jetzt müssen wir uns wieder trennen, jetzt muss ich dich wieder verlassen, sondern hey, was ist das genau, was wir hier zusammen zu tun haben, was spiegeln wir uns und wie können wir diese Ursachen erlösen, um endlich miteinander glücklich sein zu können oder uns auch loszulassen für diese Inkarnation, aber dann in Frieden. Genau. Ja. Ist das dann so unser höchster Beziehungswunsch, dass wir diese Dualseele finden? Ich würde es abkoppeln vom Beziehungswunsch. Es ist ein Seelenwunsch, absolut, weil das ist ja der andere Teil unserer Seele. Ja. Also das will unbedingt wieder zusammenkommen. Aber es muss dann nicht der perfekte Partner fürs Leben sein. Genau. Also es gibt auch die Konstellation Mutter-Kind, Vater-Kind, beste Freunde, was auch immer, wobei die Partnerschaftsebene schon gerne gewählt wird, weil die einfach den größten Spielraum bietet sozusagen. Wenn Dualseelen dann wirklich in der glücklichen Partnerschaft, ohne sich abzustoßen, zusammenkommen, hat das schon etwas sehr Erhöhtes. Also da geht es in der Regel nicht mehr um persönliche Befriedigung, um Sexualität im Vordergrund. Es darf alles schön sein, mitlaufen, aber darum geht es nicht mehr im Vordergrund, sondern in der Regel hat man dann auch so einen seelischen Shift, dass man wirklich dem großen Ganzen dient, zusammen. Es muss aber jetzt nicht, also um da nochmal nachzufragen, weil es ist ein ganz spannendes Thema und ich spreche auch viel mit Freunden drüber oder kriege immer wieder Fragen. Also es muss nicht sein, dass ich meine Dualseele in dem Leben finde und da eine Partnerschaft eigentlich, also ich kann auch eine erfüllte Partnerschaft haben mit jemand anders, wo wir beide auf dem selben Bewusstseinslevel sind und uns entwickeln können, wo es halt einfach auch gut passt und das muss dann nicht zwingend die Dualseele sein. Ganz genau. Aber wenn ich dem Menschen mit der Dualseele begegne, dann wird es da eine krasse Anziehung geben und das kann dann aber auch irgendwie so, sagst du, was familiäres sein oder auch eine ganz krasse, intensive Erfahrung, die vielleicht direkt explosiv auflöst oder so, aber genau. Aber ist es so, dass wir... Die Dualseele wird dich einfach einladen, dich zu entwickeln. Also die pusht dich ganz stark. Daran erkennt man das oft, ja. Also manche sagen dann auch sofort spontan, oh ja, das kann nur meine Tochter sein oder wie auch immer, ja. Weil da einfach die stärkste, also eine ganz große Liebe ist aber auch so viel Herausforderung drin, ja. Also das kann wirklich das sein, muss aber nicht. Also ich würde mich da nie drauf versteifen, genau wenn es so ist nach diesen drei Punkten, dann kannst du sicher sein, dass es deine Dualseele ist. Nein, das merken wir hier. Das wissen wir hier. Mit Teki machen wir Übungen, um ihr zu begegnen, um das abzufragen, um da noch konkret dann auch Karma aufzulösen. Aber das kann jeder auch auf seine Art und Weise machen. Okay, wow. Das war ein guter Ausflug in das Thema, finde ich. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist spannend, ja. Ja. Ja, du weißt ja, bei Conscious Love geht es mir darum, bewusste Menschen zu verbinden, auch über das Thema eben bewusste Partnerschaft zu sprechen, weil ich denke, das ist was ganz, ganz Kraftvolles, was wir leben dürfen. Und ja, viele Menschen kommen auf die Plattform, die dort wirklich auf Partnersuche sind. Welchen Tipp würdest du denn den Menschen geben, die bei Conscious Love sind und eine bewusste Partnerin oder einen bewussten Partner suchen? Fangen wir dir an. Also das ist fein, streckt deine Fühler aus, macht dich sichtbar, wenn sich das richtig anfühlt, finde ich absolut fein, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt rausgehen, ich möchte gefunden werden oder selber finden, dann ist das ein schöner Weg, finde ich, ja, auf so einer Plattform, die schon Gleichgesinnte irgendwo zusammenbringt, wirklich. Das ist ja schon vorgefiltert, das finde ich ganz, ganz toll. Und für mich steht das auch überhaupt in nichts nach, der persönlichen Begegnung. die kann ja dann immer noch stattfinden. Seelen ziehen sich an, Energien ziehen sich an, egal ob online oder an der Tankstelle oder im Supermarkt oder in der Disco, das ist völlig egal, ja, du ziehst dich an. Und das kann eben so genauso gefunden werden. Und gerade ab einem gewissen Alter oder manche Menschen, die wollen einfach nicht mehr rausgehen, die wollen nicht mehr in die Disco gehen und angequatscht werden und immer perfekt aussehen müssen oder Smalltalk machen oder sonst was, die wollen einfach jetzt eine Partnerschaft haben, die passt, ohne sich dafür verbiegen zu müssen. Und dann finde ich, das ist eine ganz tolle Plattform, sowas. Wichtig ist, dass du eben nicht als Bedürftiger da rausgehst. Ja, weil das Bedürftige, ich brauche einen Partner und ich bitte, hoffentlich findet mich jemand und dann hoffentlich finde ich jemanden, zieht immer nur einen anderen Bedürftigen an. Und dann hast du zwei Bedürftige. Ja, die traurig sind, dass der andere wieder das nicht befriedigen kann, was man eigentlich möchte. Ja, oder nicht dauerhaft, dass er wieder weg ist oder wie auch immer. Und es geht wirklich um uns, wenn wir die Beziehung zu uns klären, wenn wir vorm Spiegel stehen können und nicht aus Egosicht, sondern wirklich aus der Sicht unseres Wahren selbst und sagen, super, mit dir kann man leben. Du bist ein guter Partner, eine gute Partnerin. Ich habe es jetzt in uns getestet, ja, sozusagen. Ich lebe ja mit dir, Tag und Nacht. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass da auch jemand anderes diesen Wert erkennen kann. Das ist eine gute Ausgangsform, meine ich. Und über den Rest haben wir ja schon gesprochen, die drei Säulen, die dann einfach wichtig sind in einer Partnerschaft. Die Selbstliebe, also das Ende der Selbstentwertung auch. Viele, vor allem Frauen, kommen so schnell in das Ding rein, ja, jetzt findet er mich toll, aber wenn der mich erst mal im Bikini sieht oder wenn der erst mal meine Eltern kennenlernt oder was auch immer. Und dann kommt schon wieder diese Selbstentwertung rein, die dann auf einmal schon Schwierigkeiten in dieses Spiel bringt, ja. Und irgendwann kommen die ganzen Ängste dazu, das Vorgelebte von den Eltern und es darf einfach liebevoll erkannt, betrachtet, aber auch transformiert werden, da endlich frei zu sein. Und die Beziehung der neuen Zeit ist einfach frei. Das ist für mich das wichtigste Oberwort, frei. Frei, wählbar für die beiden, die da zusammenkommen. Wollen wir jeden Tag zusammen sein? Wollen wir so eine ganz enge Sache, wo wir alles zusammen erleben oder wollen wir uns ganz viel Freiraum geben und aber wissen, dass wir verbunden sind und uns immer wieder neu kennenlernen, neu begegnen? Es gibt alle Varianten, es gibt da kein Gesetz, aber es muss sich gut anfühlen, es muss Liebe fließen und es muss frei sein. Wunderbar. Ganz toller Abschlussgedanken. Vielen, vielen Dank, Sandra, dass du dabei warst. Danke. Ich danke. Für das tolle, tolle Gespräch. Ja, und für euch, liebe Zuhörer, ja, ich wünsche euch noch einen bewussten Nachmittag und Abend und dann bis zur nächsten Folge, wenn ihr wieder dabei seid. Alles Liebe, euer Thomas. Tschüss. 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 Tschüss.